Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man über das Internet, also über einen Fernzugriff, auf die eigene heimische FRITZ!Box zugreifen kann. Zum Beispiel um sie zu administrieren oder um festzustellen, welche Anrufe in der Zwischenzeit eingegangen sind. Obwohl ich im Verlauf des Videos zeigen werde, wie man die Sicherheit gegen Missbrauch erhöhen kann, kann ich natürlich keine Garantie dafür übernehmen, dass durch diese Schritte, die wir hier gehen werden, ein Fremdzugriff auf die FRITZ!Box erfolgen kann. Es sind nun folgende Arbeitsschritte auszuführen. Zunächst muss ein MyFritz!Konto angelegt werden und dieses muss auf der FRITZ!Box eingerichtet werden. Diese beiden Schritte können, sofern noch kein FRITZ!Konto angelegt worden ist, in einer Einheit zusammen durchgeführt werden. Anschließend werde ich zeigen, wie man den Internetzugriff freigibt, wie man Benutzer anlegt und ihnen die entsprechenden Rechte zuordnet und schließlich, wie man durch Anwendung der Google Authenticator App die Sicherheit gegen Fremdzugriff erhöht. Zunächst geht es nun darum, ein MyFritz!Konto anzulegen und auf der FRITZ!Box einzurichten. Wir sehen hier bereits den Zustand, in dem alles geschehen ist. Man geht dazu auf Internet, MyFritz!Konto und kann an dieser Stelle nun eine E-Mail-Adresse eingeben und auf Übernehmen klicken und wird anschließend eine E-Mail erhalten, in der man dann auf Ihre FRITZ!Box registrieren klicken muss. Wenn man den entsprechenden Schritten weiter folgt, kann man von dort aus auch sofort das MyFritz!Konto einrichten, sodass dann diese beiden zuvor genannten Schritte schon in einer Einheit fertig durchgeführt worden sind. Wir sehen hier, dass MyFritz!Konto für diese FRITZ!Box aktiviert ist. Es gibt eine entsprechende E-Mail-Adresse und durch diesen grünen Punkt wird angezeigt, dass dieser Vorgang ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Ich bleibe nun im Menüpunkt Internet, MyFritz!Konto, scrolle weiter herunter und sehe dort bereits eine Adresse, über die die FRITZ!Box erreichbar ist. Allerdings, bevor das wirklich umgesetzt werden kann, muss zunächst hier der Internetzugriff freigegeben werden. Das geschieht dadurch, dass man hier das Häkchen setzt und auf Übernehmen klickt. Ist das geschehen, so sieht man neben der MyFritz!Adresse, die ja vorher schon angezeigt wurde, eine weitere Adresse, mit deren Hilfe man über einen Browser auf die FRITZ!Box zugreifen kann. Außerdem erscheinen an dieser Stelle die Benutzer, die nun die Möglichkeit haben, tatsächlich auf die FRITZ!Box zuzugreifen. Im nächsten Schritt werde ich nun zeigen, wie man solche Benutzer anlegt und ihnen die entsprechenden Rechte zuweist. Geht man auf System, FRITZ!Box Benutzer, so werden hier alle Benutzer aufgezeigt, die auf der FRITZ!Box angelegt sind. Man kann dann auch über entsprechende Menüpunkte diese Benutzer verändern. Meine Benutzer habe ich hier natürlich ausgeblendet. Indem ich nun auf Benutzer hinzufügen klicke, kann ich natürlich dann einen weiteren Benutzer anlegen. Ich befinde mich also immer noch im Menüpunkt System FRITZ!Box Benutzer, habe angeklickt, dass ich einen neuen Benutzer anlegen möchte, kann hier nun einen Benutzernamen angeben und ein dem Benutzer zugeordnetes Kennwort. Anschließend klicke ich auf Zugang, auch aus dem Internet erlaubt. An dieser Stelle kann ich nun die einzelnen Berechtigungen für diesen Benutzer zuordnen. Das geht so weit, dass man auf der NAS-Festplatte, die man möglicherweise an die FRITZ!Box angeschlossen hat, einzelne Dateiordner für diesen einen Benutzer freigibt. Hat man nun den Benutzer hinzugefügt, so gelangt man wieder in das obergeordnete Menü und der hier neu angelegte Benutzer, Max Mustermann, erscheint in der Benutzerführung und man sieht hier, dass der Zugang aus dem Internet für Max Mustermann erlaubt ist. Klicke ich hier auf den Stift, so kann ich die einzelnen Einstellungen für Max Mustermann wieder ändern oder an dieser Stelle ihn auch entsprechend löschen. Möchte ich nun die Sicherheit durch den Zugriff bei bestimmten Benutzern erhöhen, so kann ich hier oben an dieser Stelle den Reiter wechseln in zusätzliche Bestätigung und klicke hier auf Bestätigung über Google Authenticator App aktivieren. Allerdings ist das Ganze jetzt noch nicht wirklich aktiv, denn das muss nun noch dem einzelnen Benutzer, der später nur noch über diese Identifikation auf den Router bzw. die FRITZ!Box zugreifen kann, zugeordnet werden. Dazu muss ich nun wiederum aus dem Benutzermenü den Benutzer heraussuchen, bei dem ich diese Sicherheitsstufe aktivieren möchte. Ich gehe dann auf Bestätigung über Google Authenticator App neu einrichten, übernehmen und daraufhin wird dieses Menü geöffnet. Hier wird eine Kennziffer angegeben, die ich über ein Telefon eingeben kann, das direkt an die FRITZ!Box angeschlossen ist. Habe ich kein Telefon direkt an die FRITZ!Box angeschlossen, so kann ich auch an dieser Stelle klicken und werde dann aufgefordert, an der FRITZ!Box irgendeine Taste zu drücken. Die LEDs blinken dann, man drückt dann einfach eine Taste und damit hat man dann diese Zuordnung bestätigt. Das Ganze wird deshalb so durchgeführt, damit es nur bei direktem Zugang zu der FRITZ!Box möglich ist, diese zusätzliche Sicherheitsstufe einzubauen. Sind nun alle Schritte gelungen, so kann ich auch aus der Ferne heraus, indem ich die entsprechende Adresse in den Browser eingebe, den Zugriff auf meinen eigenen Router realisieren. Das Ganze geht tatsächlich auch dadurch, dass ich einfach in die Browserzeile myfritz.net eingebe. Wir sehen hier, an dieser Stelle habe ich die OBRA-Adresse eingegeben. Damit sollte ich nun zu meinem Router gelangen und werde da nun aufgefordert, meinen Benutzernamen und das entsprechende Kennwort einzugeben, wodurch mir genau der Zugriff ermöglicht wird, der diesem Benutzer zugeordnet ist. Das kann ich also durchaus auch an fremde Personen weitergeben, wenn die zum Beispiel in der Lage sein sollen, einzelne Dateien in einem Dateiordner auf der NAS-Festplatte abzulegen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen funktioniert das Ganze recht ordentlich. Manchmal ist es relativ langsam. Das liegt natürlich dann an der entsprechenden Internetverbindung. Sofern man auf die NAS-Festplatte zugreifen möchte, kann der Vorgang möglicherweise auch erst beim zweiten oder dritten Mal wirklich umgesetzt werden. Ja, das war's zu diesem Thema. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, so würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.